Endlich, der erste Undergrounded-Jahreskalender ist da! 2019 haben wir für euch knapp 150 elitäre und untergründige Events, die wir euch uneingeschränkt empfehlen können, auf hochwertiges Papier und in kleiner Auflage gedruckt. Schickes Design, untergründige Events, kein Chor, kein Wacken. Du hast dich bestimmt gefragt, wie du diesen Kalender benutzen kannst. Die Antwort ist einfach, wie jeden anderen Kalender. Du nimmst dir ein paar Reißzwecken oder Poster-Strips und hängst ihn in Augenhöhe auf eine glatte Oberfläche. Danach kannst du dir auch schon die Events, die du besuchen willst, mit einem handelsüblichen Stift highlighten und andere Events, die deine Gefühle verletzen, mit einem Stift ausschwärzen. Dabei haben wir ein paar Besonderheiten eingebaut. Zum Beispiel haben wir die Monate Juni, Juli und August etwas dicker dargestellt, um diese eventreichen Monate hervorzuheben. Am oberen Rand findet ihr die Logos einiger Events, die wir besonders hervorheben wollten. Am unteren Rand findet ihr die sogenannten Bullet Holes, in die ihr eure Festival-Bändel mit Reißzwecken befestigen und später in Nostalgie schwelgen könnt. Wir wünschen euch 2019 viel Spaß auf den Events. Undergrounded, deine Quelle für scheißgeile Untergrundmusik.